Okay, I think we're gonna back to there. Jetzt würde ich eben dort überrennen. Mal schauen, kommen wir an dem vorbei? Ich denke es, ne? Oh shit, er habe mich gesehen. Er habe mich fast gesehen. Haben Sie gesehen, wie es so rot geworden ist? Oh hell yeah. Okay, he's still eating. Ah, damn guy. Puh, das macht mich sehr. Was das für die Idee? Oh, das ist richtig. Alright, ähm... Get back. Ich kann da nichts machen. Sonst sehe ich einfach nichts. Das ist auch nichts. Woah, 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 woah! Oh! What's up here? They really wanna get into that room. They really wanna get into that room. Ja, 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 ja. Probieren wir es nochmal mit dem... Weisst du was? Probieren wir es einfach mit den Händen einschlagen, Mann. Weil ich meine, es ist... Es sind die zwei oben. Und bis die oben runtergekommen sind. Aha! Schau mal das an. Nein, doch nicht. Let me see the spark plug. Ich kenne mich auch die wirklich. Ich habe noch mal hier verletzt. Ich habe noch mal hier geholfen. Ah, okay, ich bin gleich dran. Ah, ha! That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Ist schon noch gut, hast du so etwas? Okay, I think... Wir gehen zurück dorthin und dann nehmen wir zuerst einen Stein in der Mitte, oder? Also... Ich bin nicht sicher, aber... Okay. Get him! Get him bad! Und yes! Woah, er hat fast gesucht geschaut. Nice! Leislich und effektiv. Sam! In den Arm! Nein, komm! Okay. Hell yeah! Oh! Yes! Ja, Logo, sorry. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte dem schon... Oh! Ohohoho! Bis zum Anschlag hineingerannt. Dude, where'd your weapon go? Into that ice big sized hole. Haha! Haha! It's cool! Now we've got this! Oh, yeah! Are you two done? Ja, ja, wir sind gerade fertig, Lady! Uff! Two more! That should help! Oh, yeah! Yeah! Jetzt können wir eigentlich gerade hochgehen, oder müssen wir so ein Abend pfeifen? Ich komme, ich gehe einfach hoch und schlinze zusammen! Why don't you guys lag behind, just in case this goes to hell? Okay! We'll be right behind you! Okay! Alright! Get good! Get up now! Yes! Yes! Slice! You too? Huh? You too? BAM! Rad! Hey, girl! You're here to save you! Hello in there! We're here to help! Please just go away! Let's go, guys! In a minute! If you open up, we can take you somewhere safer! We've got a group in town! No, no, no! Please! She's in trouble! Miss! We're coming in! Okay! Get in! Stop! Just stop! I'm coming out! I'm coming out! Hey! You are hurt! Oh, God! I... I said stay away! We need to get you help! It's too late for that! Guys, she's been bitten! What? I told you! I said go away! I'm bit! But you wouldn't just leave! Calm down! You could be fine! You could be fine! You could be fine! My boyfriend was bitten! You get sick and you die! And you come back and you kill anything you can find! You have a boyfriend? What? I don't want that! It's not Christian! Please... Just leave me, please go! Okay! We'll leave! Okay, make it! Just... Try to take care of yourself for whatever time you have left! You have a gun! So? Can I... Borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me? I can just... You know, end this! And then... And then there's no problem! Woah, woah, woah! Please! I don't want to be one of them! They're... 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 Satanic! Give it to her! What? You can't be serious! Do it! No! Ganz klar, sorry! Schau sie an! Dann versiesst du sie! Nein! Wir können nicht das Risiko auf uns nehmen, dass sie wieder zurückkommt! Nein! Wir können nicht ein Risiko auf uns nehmen! Dann schau sie auf sie! Gott! Just... Okay! Okay! Fine! Ich habe gesehen, was die Hölle ist, und es kommt zurück als eine dieser Dinge! Ja, Alexi auf dem Boot! Hallo! Danke! Danke! Ich weiß, wie schlimm das ist! Wir können nicht sehen! Wir können nicht gehen! Wir können nicht gehen! Warum nicht? Wir müssen gehen! 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 You sure? Ja! Ich bin der Verkappel! Du bist ein guter Mann! Oh man, das ist so emotional, das Spiel. It's just one ballot to hope, yeah. Yeah, we have some postcalls, but Glen is fine and, well yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. You won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. For this brauche ich irgendetwas Längliches. Ah, ich habe eine Angst. Stimmt. Alright, ich denke mit dieser Axt kommen wir den Brick holen. Und endlich die Pille holen und das nicht nochmal jemand mehr muss sterben. Wir haben jetzt schon genug Tod gesehen. Verdammt mehr. Aber es wird nicht ein wenigstig sein. Yep, let's have a look. I can't reach that brick. Dann nehme die Axt! Ich denke wir sind sicher da. Ich denke wir sind sicher da. Ich bin nicht sicher hier. Ich konnte noch nicht durch diese Garten so weit. Und die Drogen sind sicher genug genug. Ich denke. Wer hat es gebraucht, hat es gut gebraucht. Es ist gut gebraucht. Es ist gut gebraucht. Es lockt gut. Alright. Die TV sind auf. Und ich bin sicher, dass sie viel Ruhe machen. Behind that glass. Das führt mit der Idee zu Brick. Und zu der Axt im Inventar wo man den Brick holen könnte. God damn it. Oh. Hello. Open sesame. I was kidding. For universal, but not that universal. I know that. No. Wow. Now distract those things. Carefully. Why did you do this? Man. So ein Idiot. So ein Idiot. Wieso hat er das Schloss jetzt abgeschlagen? Take the brick. Take the brick. Take the brick and close it. Alright. Genau so. Aha. Better hit. Hell yeah. Hoffentlich schneidet ihr euch alle Köpfe auf. Now's the time. Voll geil. Ich hätte gerne zugeschaut. Okay. Get out. Get out. Get out. Get the key. And get back. Very fast. Keep an eye out. Will ya? Run a fucking head. Oh shit. Get out. Get out. Hey bud. I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, I would have died for them. So... Yeah. Yeah. So that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. So idiot. Well I shouldn't have left the family. Yeah. I mean, you know what I mean. Finish him off please. I gotta do this. Sorry man. Fuck. Get it again. Hit it again. Aww. Again. The hell with the no-nopsies? Ah, he's still alive. Immer noch! Ah, finally! Oh please, I have to do this so bad. Give me the keys. Hey bud. There we go. Look behind her. Holy crap! Holy crap! Run! Oh hell yeah! Run! Ja, und jetzt kann man es nicht mehr schliessen. Du bist so ein Idiot. Das ist all that matters. Yep. I've got the keys. Great! God, you're amazing. Let's get in there. Ja. Ey, ich will nicht wissen, was jetzt passiert dort draussen. Es kommt 100%ig einen rein, weil wir die Türe nicht mehr schliessen können. 100%ig! Und vorne... Clementine, Clementine, wo bist du? Ah... Nice game. Nein. Clementine, wo ist ein Mikro? Oh, ich kann nicht zurückkommen. Oh, nein. Shit. Wir müssen uns zuhören. Alarmalock. Please, nein. Hey, da. Lockpick in the bag. Immerhin haben sie noch Hosen anzuhören. hier könnte ich nicht mehr. Oh, nein. Oh, nein. Die ganze huhre Stadt hat es. Oh, hell, nein. Er muss ja auch herrscht haben.